Jérôme Boateng, 30, wird in Zukunft nicht mehr für die Nationalelf auf dem Rasen stehen Der Fußballprofi musste zusammen mit seinen Kollegen Thomas Müller, 29, und Mats Hamals, 30, seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft räumen Diese Entscheidung verkündete Bundestrainer Joachim Löw, 59, vergangenen Dienstag Doch runterziehen lässt sich der Fußballer von diesem Rauswurf nicht, er feierte jetzt strahlend den WD seiner beiden Töchter BR Facebook veröffentlichte der 30-Jährige nun ein Foto von sich und seinen beiden Mädels Lamia und Sully Dazu schrieb er die rührenden Worte, herzlichen Glückwunsch, meine beiden Engel Ihr macht mein Herz und so vieles leichter und dafür bin ich euch so dankbar Auch Fans fanden aufmunternde Worte für das WM aus und schrieben unter das Bild, so viel wichtiger als Fußball und eine Nationalmannschaft Für Jerome ist die Familie offenbar ein Anker in diesen stürmischen Zeiten Seinem Leidensgenossen Mats geht es da ähnlich, nach dem überraschenden DFB-Aus zeigte der Bayern-Kicker im Netz, wie süß ihn Sündchen Ludwig, 1, nun aufmuntert Bis zum nächsten Mal, dann